Ich war in der Disco und habe mich mit einem Jungen kennengelernt. Also ich war richtig von ihr. Nein, nein, nein. Alleine sein ist nicht schön. Ich bin ja nicht mit Absicht schwanger geworden, das nicht. Schwanger geworden bin ich, weil er einfach das Gummi ausgezogen hat. Es ist da! Wenn du dich vier Jahre lang nicht meldest und dann willst du mir mit irgendeiner Scheiße kommen. Oh, what's up? Wenn die Leila groß ist, nimmst du dir weg? Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Er ist ja auch mit so einem Messer rumgelaufen und ich hatte nur noch Angst. Aber trotzdem ist da eine Klage eingetroffen. Wenn das Problem ist, ist, dass der Steve und das wissen Sie ganz genau, dass er so ist. Das darfst du bitte. Ich glaube, ich kann das nicht. Ich schaff das nicht. Wenn ich jetzt wieder mit 14 schwanger werde, dann würde ich es wahrscheinlich wieder genauso machen. Bis zum nächsten Mal.